Normalerweise sind Verwechslungen, welcher Art auch immer, ja tendenziell eher unerwünscht. Man kann auf der Straße Fremde mit Freunden verwechseln, was zu sehr unangenehmen Situationen führen kann. Man kann Zucker mit Salz verwechseln, auch nicht so schön, oder eben auch Töne in der Musik. In diesem Fall handelt es sich allerdings um eine bewusste, gewünschte Verwechslung. Jede Taste auf der Klaviatur kann mehrere Namen haben. Am deutlichsten wird das bei den schwarzen Tasten. Diese Taste kann Cis heißen, nämlich dann, wenn das C ein Kreuzchen bekommt und damit um einen Halbton erhöht wird. Erhält ein D ein B, wird es um einen Halbton erniedrigt und der Ton heißt Des. Und es erklingt dieselbe Taste wie eben. Cis und Des haben die gleiche Frequenz. Das Wort Enharmonisch kommt vom griechischen Enharmonios, das bedeutet übereinstimmend. Eine Taste, zwei Namen, zwei in ihrer Frequenz übereinstimmende Töne. Das funktioniert auch mit den weißen Tasten. Diese Taste heißt normalerweise C. Ich kann aber auch ein H aufschreiben mit einem Kreuzchen dran. Der Ton wird einen Halbton höher und heißt His. Es erklingt die Taste, die eben noch C hieß. Das C wird mit dem His enharmonisch verwechselt oder, vielleicht treffender, enharmonisch umgedeutet. Nun könnte man ja sagen, ist ja schön für die Tasten, dass sie sich immer aussuchen können, wie sie gerade heißen wollen. Da können sie mehr als ich. Bei mir steht immer nur ein Name im Pass und mit dem muss ich dann halt leben. So ganz willkürlich erfolgt die Benennung der Töne dann allerdings auch wieder nicht. Die Tonart A-Dur zum Beispiel hat drei Kreuze, Fis, Cis und Gis. So sieht das als Tonleiter aus. Verwechseln wir die Kreuztöne mal. Cis, das wissen wir noch von eben, ist die gleiche Taste wie Des. Fis klingt so wie Ges und Gis ist die gleiche Taste wie Ass. Einmal die Hörprobe. Wunderbar, da ist ganz klar A-Dur zu hören. Aber eines muss man doch zugeben, diese ganze enharmonische Rumpferwechselei hat der Optik dieser Tonleiter irgendwie nicht ganz so gut getan. Zwischen dem zweiten und dem dritten Ton, dem H und dem Des, entsteht eine verminderte Terz. Schon etwas eigentümlich, wo in einer Tonleiter doch eigentlich nur Sekundschritte vorkommen. Die verminderte Terz verursacht dann wieder eine weitere Verunstaltung. Zwischen Des und D entsteht eine übermäßige Prime, ach du je. Zwischen E und Ges kommt die nächste verminderte Terz und zwischen Ass und A noch eine übermäßige Prime. In einer Tonleiter ist eine enharmonische Verwechslung also nicht sonderlich sachdienlich. Eine Kreuztonart kommt sehr gut mit ihren Kreuzen zurecht und eine B-Tonart sehr gut mit ihren Bs. Die enharmonische Verwechslung kommt erst ins Spiel, wenn im Verlauf eines Musikstückes ein Wechsel zwischen Kreuz und B-Tonart auftritt. Dies sind acht Takte aus einem der insgesamt 21 Nocturns, die Frédéric Chopin geschrieben hat. Fünf Bs sind vorgezeichnet, Des-Dur ist also die Tonart. Die ersten vier Takte enthalten ein ruhiges, lyrisches, kleinschrittiges Thema, Oktav verdoppelt in der rechten Hand, links dazu aufwärts gebrochene Akkorde, für den Pianisten ein bisschen fies zu greifen, aber ist halt Chopin. Spannend wird es dann im fünften Takt. Auf der ersten schweren Zellzeit, das ist im Sechsvierteltakt die Eins, steht in der Begleitung der Grundton Des. Auf der zweiten schweren Zellzeit, der vier, kommt ein Cis, da sollte es klingeln, ganz genau, auf dem Klavier ist das dieselbe Taste. Des und Cis sind hier enharmonisch verwechselt und es entsteht genau diese übermäßige Prime, die vorhin noch so ungünstig aussah. Warum ist die übermäßige Prime hier aber von Nutzen? Vorhin sind wir in dem Material einer Tonleiter geblieben, hier verlassen wir das Material der Des-Dur-Tonleiter. Die nächste Harmonie ist nämlich D-Dur, das ist eine Kreuz-Tonart, darauf deuten auch all die Auflösungszeichen und Kreuze hin. Aber wieso muss denn schon vorher das Des zum Cis verwechselt werden? Für den Klang ist das in der Tat nicht erheblich, es ist ja gerade die Eigenart der enharmonischen Verwechslung, dass man sie nicht hört, weil ja nun mal die gleiche Taste erklingt. In Bezug nicht mehr nur auf den einzelnen Ton, sondern auf die gesamte Harmonie macht es allerdings sehr wohl einen Unterschied, ob vor dem D-Dur ein Cis oder ein Des steht. Ohne enharmonische Verwechslung haben wir hier den Akkordschritt Des-Dur mit Quarte statt Terz zu D-Dur. Keine sonderlich gekonnte Modulation, einfach um einen Halbton nach oben gerückt. Mit enharmonischer Verwechslung klingt es genau gleich, wir lesen aber den Akkord A-Dur, steht hier auf der Terz und ne Septime schwirrt auch noch irgendwo rum. Und A-Dur ist bekanntermaßen die Dominante von D-Dur. Das ist eine harmonisch erheblich sinnvollere Modulation. Chopin verwechselt die Töne hier also enharmonisch, um den Tonartwechsel stimmig gestalten zu können. Dadurch lassen sich nicht zuletzt auch die Noten flüssiger lesen. Über D-Dur führt Chopin nach G-Dur und wieder zurück, aber das währt nicht lange. Über einen verminderten Septakkord führt er nach As-Dur und erreicht damit als Dominante wieder die Grundtonart Des-Dur. Für den Rückweg ist also keine enharmonische Verwechslung nötig. Die Tonart Des-Dur ist schließlich schon vorgezeichnet. Noch eine Extra-Information obendrauf. Die Basis für die enharmonische Verwechslung ist die sogenannte gleichstufig temperierte Stimmung. In anderen Stimmungen variieren die Tonhöhen der verwechselten Töne, aber das ist eine andere Geschichte. Fassen wir zusammen. Eine enharmonische Verwechslung oder eine enharmonische Umdeutung bezeichnet die Möglichkeit, einem Ton unterschiedliche Namen zu geben. Ein Name entsteht, wenn der darüber liegende Ton durch ein B erniedrigt wird, der andere, wenn der darunter liegende Ton durch ein Kreuz erhöht wird. Ganz wichtig also, eine enharmonische Verwechslung kann man nicht hören, nur in den Noten sehen. Zur Anwendung kommt eine enharmonische Verwechslung vor allem bei Wechseln zwischen dem Tonmaterial von Kreuz- und B-Tonarten. Hier helfen sie, den harmonischen Verlauf schlüssiger darzustellen und dienen auch einer besseren Lesbarkeit. Und die enharmonische Verwechslung funktioniert in Perfektion nur mit der gleichstufig temperierten Stimmung. Die Stadt Dessau in Sachsen-Anhalt kann man dank der enharmonischen Verwechslung ja übrigens auch Cis-Schwein nennen, habe ich mir sagen lassen. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald bei Plus Musik!